Das Keys to Heaven Festival in Eisenstadt, würde ich sagen, hat als Alleinstellungsmerkmal seine absolute Vielfalt, seine Furchtlosigkeit, Genregrenzen zu überwinden, Sachen auszuprobieren, ohne dabei experimentell übers Ziel hinauszuschießen. Das sind alles Sachen, die eigentlich von Natur aus zusammen gehören und die man auch zusammen wahrnimmt. Ich als jemand, der viel Filmmusik macht, für mich ist die Kombination von visueller Kunst oder darstellender Kunst und Musik eine absolute Selbstverständlichkeit. Und ich freue mich darauf, dass viele, viele Festivalbesucherinnen und Besucher diese Synergien auch wahrnehmen und genießen können.